So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wingman. Wir haben ja die Arschgegner in jedem Gegnerteam. Die Arschgegner im Gegnerteam? Wieso wieder? Die letzte Aufnahme war doch gar nicht. Ja doch, die letzte Aufnahme ist existent. Ach du Scheiße. Oder meinst du nicht? Ach stopp. Das werden wir sehen. Was für eine Genugtuung. Ich hab zwei erschossen. Das war schonmal fast mehr, gefühlt mehr. Hä, was hat er denn? Lol, warum hat er denn so beneidigt? Keine Ahnung. Das stimmt nicht mit ihm. War das der Thundercook oder der Rick? Der eine eben, der eine eben hat ja Arschloch Piep Piep Sohn und so. Er ist im Window. Wir können hier nicht lang. Da ist einer im Window. Ah ja. Oh ja, hier können wir nicht lang. Ach come on, er wieder Mr. Super Aim. Ich glaube er beleidigt gleich wieder, pass auf. Ne, warte mal. Ich brauch mal deine Waffe hier. Okay. Danke. Und. Es kommt auch nichts rein hier, ne? Ne, ne, ne richtig. Es ist so ein Witz, dass da nichts rein geht, ey. Dein Rang ist aber unverdient für mich. Ich glaube die beste Chance ist doch unten, ne? Einfach drin da. Ich bin halt unsicher, ich weiß es halt nicht. Oh ja. Na immerhin. Jetzt musst du ansagen, was wir machen. Ich hab halt nur 3... Du hast ja seine Waffe. Hast du die? Nö. Ich glaube der Push Titanic von hinten. Ich guck mal nach. Jetzt im Spot. Ah ne, ich hab ihn eben gesehen, glaube ich. Ich glaube er ist... Ich hab richtig... Ja, er ist, er ist einer Titanic. Oh, schade. Ja, das ist nur das Training. Kacke, Alter. Van der Cock. Pass auf, wir gehen bei sich Titanic. Der schiebt ja immer Titanic. Ich mach richtig E-Sort-Action. Vielleicht wirst du ihn aus Versehen. Das lässt du schon sein. Das hast du sehen. Jetzt steht er da hinten, ne? Jetzt steht er schön am Denkmal, Alter. Ja, ja. Ja, er gibt mir. Headshot, Headshot. Ja, ja. Headshot. Boah. Ja, Mann. Genau so. Ey, ich geh mal was rein hier, ey. Ich glaub das ist die beste Variante. Willst du hier erst hier? Ne. Ne. Gleich nochmal, wa? Na klar. Ey, der hat mir aber auch Headshots gedrückt, Mann. Junge, was? Ich hab ihn ja angeblich nicht einmal getroffen. Ey, dieser Arschloch. Mann, deine Mutter hat dich auch nicht lieb gehabt, ey. Ne. Sonst wäre er nicht so gut in CSGO. Sonst hätte er da auch mal Zeit drauf gemacht. Ja, heftig, Mann. Okay, 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 okay. Geht halt auch mal. Ach komm, ey. Das ist aber auch ein Headshot-Alarm, alter. Das ist so unglaubwürdig. Okay, die sind halt, der eine ist halt so hart am Smurfen, über zwei, der hat einfach unseren Faktor an deinen Account genommen, ne? Ja. Warten wir doch mal. Der kann auch mal hinten kommen, ne? Oh, der kommt auch. Hat einen Step gemacht. Der eine ist im Bot und der andere auf alles. Für mich ist der auch schon so hart, der andere. Aber... Oh, oh, ho, oh, die richtige Ablenkung. Da hätten wir halt grad erledigt. Da bekamst du genau zur rechten Zeit, ey. Das war... Boah. War ne Schuss. Machen wir auch nicht alle Tage. Na gut, machen wir vielleicht nochmal. Vielleicht wenn das klappt. Dann kommen wir ja wenigstens bisschen aufwürdig, ne? Das heißt, ich geh hier einfach wieder hinter die Box. Dann warte ich jetzt ab. Aber push, dann machst du da Ruhe. Okay. Willst du gucken? Ist klar. Ich hab ne Arme. Sollten wir bei den Dropper gehen, oder? Aha. Ich hab da irgendwo stehen. Oh. 20er Paid Ripper. Oh. Oh. Wo denn? Geradeaus stand der, genau. Schön. Oh ja. Deine Auk. Headshot. Oh, schade. Oh, der andere Ding, Mann. Oh, schade. Das ist richtig ärgerlich. Naja, aber wenigstens brauchen sie sich hier nicht einbilden, dass sie hier so... Na gut, dann halt doch wieder beide Dropper wach. Ja. Eher geradeaus, oder eher rechts? Was machst du? Eher geradeaus stand der gerade. Keine Ahnung. Oh, nice. Okay, ich geh durch den Tor, wenn du sagst jetzt. Ich flash einmal hoch. Jetzt. Okay. Titanic. Und raus. Hallo. CNRP. Hohoho. Da hat er nicht mit gerechnet. Ist schön. Das war ihm zu viel. Ja, das ist brauchbar. Wenn man... Eigentlich... Ich geh jetzt davon aus, dass sie gut sind. Wir brauchen uns nicht einbinden zu gewinnen, aber wir halten ein bisschen gegen. Gehst du Dropper? Wollte dich. Okay. Vielleicht nur ne Brandter in Dropper werfen, ne? Let's move out. Throwing fire. Ich glaube, wird aber auch letzte Runde jetzt sein. Es wird nicht besser. Das wird sowas. Titanic, ich hab 4 AP. Ah, da ist schon Pizza raus. Boah, ich hau da rein. 15 in 1. Was? Ich treffe einfach gar nichts mehr. Ne, das muss letzte Runde sein. Danach geht nichts mehr. Es wird nicht mehr besser. Was? Du mit deiner letzten Runde. Ne, das ist wirklich... Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Ah, mhm. So, so. 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 kein bisschen ja ja eben gesehen da war ja ich würde eine leistung schmiedern aber das jetzt das schicken mal klackt auch an keine frage der weiß wie es geht ja ja er steht schon mal die teile eine war vor drücke oder nein nein der ist auch dahin gepusht hat weggemacht er ist schon einer bombe ja 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 Willst du? Ne ok du hast es. Ich hab ich hab ich hab ich hab. Ich hoffe er auch. 44 geht Connector. Ne ist er aber nur drin. Oh. 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 Ja ne. Oh. Habe ich auch so gesehen. Habe ich auch so gesehen. Glück hat er mich. Hat er mich gesehen hat er mich gemacht. Also auch gesehen gleich am Anfang. Einfach nur Lack gehabt. Let's go people. Ich hab den Start verbringen. Könnte sich überrechnen. Oh ja. Er smoked ab. Flushbang. Kommt Titanic. Mom down. Komm einfach zu dir. Mir egal. Komm einfach zu dir. Mir egal. Unten. Mit. Tun wir euch text aprend apok. Da ist gut dass du da gekommen bist. toma. Na. Der kommt einfach Titanic raus. Oh, der Thunder, guck, der ist Ropper drinnen. Ah, fuck. Mann, der Arsch. Na, er ist einfach durch die Öffnung gegangen, hat er nicht schlecht gemacht. Das wird ihm nicht nochmal passieren, aber es kann ja höchstens noch einmal passieren. Oh ja. Ich nehme das mal einfach an den Fenster. Er hat 79 und 5, ist Titanic raus. Das er nicht blind ist, das verstehe ich absolut nicht. Der steht halt auch so hart wie ein Bot da. Egal, wir sind bedeutend besser schon geworden gegen ihn. Mann, ey. Wie viel so eine Enttäuschung hier. Ja, Ränge brauchen wir nicht sehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.